Was spiel ich denn jetzt? Battlefront. Star Wars Battlefront. Klassiker. Auf, auf! Warum? Aber die haben doch ein neues gemacht. Hm. Ah, los geht's. Ungeöffnete Kisten. Erstklassige Kiste. Ah ja. Oh. Ein Laufwerk. Wählen Sie einen Truppler. Hello there. Aha. So. So sieht ein richtiger Truppler aus. Männlich. Kantig. Nicht rund. Das ist, äh, na? Lass mal her. Oh, no, 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 no. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Warum spielt man hier ein Kind? Und Spezialist? So. Meine Herren. Hm. Guder hier. Mit dem Lenkrad. Ich will jetzt mal Angriff und starte. Das geht dem Brotal. Stopp. Rönt, da ist Dampf im Kessel hier. Gut, dann legen wir mal los. Waffe abfeuern mit Linksklick. Sorry, mate. Hallo. Aber guck mal, oh. Zeitlupe beim Halsschuss. Hm, nicht schlecht. Achtung. Scan-File. Ähm. Thermal-Detona. Ah, warte mal. Der Scan-File funktioniert, äh. Oh. Ich habe Leute getötet. Bam. Oh. Warte, was ist denn das für ein Ding? Das ist rotwind. Oh, the fuck. Oh, folgen die Nüsse. Moment. Batsch. Bah. Oh, fuck. Bah. Oh, mein Leben ist weg. Mein Leben ist weg. Oh. Kann ich mir den K... Komm, ich kann mir den Rennen holen. Hör mal auf jetzt. Alter, so ist ja easy, man. Ich mache jetzt einmal F. Achtung. F. Bye. Have a beautiful time. Achtung, guck mal. Raketentruppler. Wow, 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 wow. Guck mal. Mach mal deine Rakete. Oh, shit. Nur noch 19. Sie werden nicht mit mir reichen. Wie toll noch was? Hier. Bam, bam. Und noch einen Nussschuss. Wenn ihr denkt, ihr habt mich... Bin ich weg. Halt, stopp. Peng. Komplett übertrieben. Alter Flammendruppler. Guck, wie wir sie umdrehen. Hallo. M'lady. Mein Name ist Jeff. Hier ist euer Feuer. Der Flammendruppler ist ja mal fucking behindert, ne? Hier, Molly. Haha. Kobi, ihr seid eine Zierer für eure Ausbildung. Aber war das schon alles? Nee. Multiplayer. So, ich will die Frau um. Dann will ich den alten Sack. Ich nehme einen Angriffsknädig. So, Kinder. Ich komme jetzt gerade mal dazu. Bollert es aber hier. Guck mal. Ach ja, der hat ein Lichtschwert dabei. Jetzt raste ich aber komplett aus. Da hüpfen sie doch hoch. Die sind unter uns. Oh. Hallo, Joey. Baff. Der alte Bitch, du brauchst einen Treppenlift. Hey. Jetzt, wenn ich baue, ich bin Rappels im Karton. Jetzt mache ich aber ernst, du. Jetzt drehe ich auf. Wo sind die Feinde? Was sind, sind das jetzt Feinde, die Gelben? Nee, die Roten. Werfen Granate. Ja. Nehmen. Heben hoch, die Dreck. Alter, fuck. Der hebt mich rum. Oh, Gott. Da war die Macht im Spiel. Das war nicht meine Schuld. Da war die Macht im Spiel. Ich muss zu schweren Geschütz greifen. So, Joey. Fliegt in den Wald oder bittet die Rebellen um Gnade. Liebe Klemmfurzer. Oh, mein Gott. Das sieht aus wie ich. Oh. General Gerichtskritsche. Guten Tag. Die sind auch am normalsten aus. Schau dir mal die drei Tödel an. Also, ich spiele den. Wir haben wenig Feuerkraft. Der Feind hat eine ganze Menge. Ist aber an sich gar nicht tragisch. Weil wir haben Chewbacca. Wir haben Han Solo. Und wir haben vor allem deine horische Mutter. Ich geh vor, Jungs. Ist ja tragisch mit euch, Mann. Ihr macht ja gar... WAAA! Nee. Nee. Nee, ich will jetzt den Humonculus haben. Alter, er hockt im Busch. Ich dachte, ich spare mir einen Weg, wenn ich bei meinem Matespawn der AFK am Spawn hocke. Sieht schon echt geil aus, das Spiel. Muss ich wirklich sagen. Sehr gut. Ich komme da drauf. Fuck. Warte, warte. Habe ich es doch gewusst, der Gauner. Easy. Das ist fein. Achtung. Schieß, geschützt, schieß. Oh. Oh. Ah, fuck. Hilfe. Meine... Oh. Ey, aber mein Geschütz ging ab eben. Der Offizier ist richtig sweet, Mann. Ist das ein Feind? Was ist das? Eivok! Ich habe mein Matespawn übernommen. Komm, wir rennen. Wo gehst du hin? Wir haben mein Geschütz aktiviert. Nee, fuck. Ich habe mein Geschütz aktiviert. Tschüss, Eivok. Tim, ihr schreit. AAH! Ihr schützt. Du schießt da falsch. Du schießt da falsch. Komm mal mit. Oh, fuck. Auf. Ich habe hier irgendwas gemacht. Irgendwas Schlechtes. Ich habe irgendwas... Gesichtsmuschi aktivieren. Alter, guck mal. Ich bin schon krass. Keine Sorge, Leute. Ich bin da. Ich weiß nicht, ob das Feinde sind. Ich glaube nicht. Oh, sorry, Maid, Mann. Ich hoffe, das... Ich gehe über die Seite. Ich gehe über die Seite. Man kann nicht über die Seite, doch. Wow. Ha! Wer fliegt? Na, das ist Yoda. Das ist Yoda. Guck mal, wie kleiner er ist. Das sind doch Feile. Spieler beschädigt. Ich habe ihn beschädigt. Ey, der Sound ist bombig, Mann. Uppi! Alter, ich kann so ein großer sein. Tschüss. Guck mal. Boom, boom, boom. Meilenstein erreicht. Aua, ey, warte mal. Die schießen zurück. Das geht nicht. Ja, was? Den Kampfläufer in Betrieb halten. Hä? Hey, ich wurde rausgeschmissen. Guck mal, da läuft da meiner. Das bin doch ich. Ich mache jetzt GTA-Style. Ich glaube, das ist jetzt. So, Leute. Das ist eigentlich... Au. Da nehme ich halt ein Speeder-Bike. Hallo. Ja, ich habe meiner getroffen. Wie steige ich denn aus, Mann? Fuck, ich muss hier weg. Da ist noch ein Feind. Guck mal, ich kann ihn gar nicht richtig anschießen. Ah, doch, gar nicht. Ist das ein Feind? Das ist ja wie ein Moped. Wo bist du, du Sack? Da ist er. Ne, das ist ein Evo. Das ist ein scheiß Evo. Ach, seid ihr schon da drin? Sag doch was! Oh, BlackBerry. Jawohl, ich habe jemanden mariniert. Wie steigt man ab? Wahrscheinlich so. Achtung, Seiteneingang, ne? Vati weiß, wie es geht. Guck mal da. Oh, shit! Nice. Der meint, mit seinem Lichtschwert wäre es. Wäre er jetzt der König oder was? Guck mal, ich sehe ihn doch da, wie er da steht. Ob er Mokno oder Magnus. So, Magnus. Also, was ich mich ja grundsätzlich bei dem Spiel frage, was kann die Story? Sie ist erstklassig. Enttäuschend, Imprägnation und Haare. Super. Hm, das bin ich. Schock verfügbar. Haha. Ruhe jetzt. Ich konzentriere mich gerade. Guckt mich an, wenn ich mit dir rede. Ich gehe durch die Decke. Wow. Ich kann wieder jemanden schocken. Barracuda. Ich bringe einfach alle um. Alter, ich gucke ja gerade beim Kacken zu. Hallo? It's your boy. Takedown. Oh, 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 oh. Ah, Cthulhu. Zu dir wollte ich. Alter, was für eine Bratze. E.T. bist du es? Hey, Leute. Hey. Guck, wo ich bin. Ich bin ausgebrochen. Ich scheiße in den Gang. Elektro, Spektro. Haha. Alter, was ist das? Krass. Die vom fünften Element, die sinkt. Also jetzt nicht mehr. Halt, stopp. Elektro hat... Oh. Man kann auch fliegen. Los geht's. Hängen. Oh, das ist geil. Mach ich euch weg, die Boys. Könnt ich hier noch ganz kurz auf jemanden schießen? Da unten. Oh. Kann ich ganz kurz... Na, also, es geht doch. Alter, wie lange war das? Oh. Ähm, fuck. Oh Gott, oh Gott. Das habe ich nicht gemacht. Was ist... Fuck, scheiße. Was geht's hier los? Rakete, nein! Absturz geortet.